Liebe Zuschauer, wir sind in einer Jahreszeit angekommen, wo so der körperliche Umfang mitunter eine entscheidende Rolle spielt. Weil natürlich gerade jetzt im Sommer, aufgrund der hohen Temperaturen, die wir in diesem Jahr haben, die Kleidung vielleicht dann doch etwas knapper ausfällt. Im Moment sind T-Shirts, kurze Hosen, kurze Röcke angesagt. Und Sie haben ein paar Kilo zu viel auf den Rippen? Da sind Sie kein Einzelfall, das geht leider vielen so. Und ich denke, dass viele wahrscheinlich auch, vielleicht auch Sie schon, Diätbemühungen unternommen haben. Aber vielleicht nicht wirklich mit dem durchschlagenden Erfolg, den man sich da wünschen möchte. Probieren Sie doch einfach mal unsere sogenannten Fat-Burner-Kapseln aus, die wir jetzt seit einigen Monaten anbieten, die sich bei unserer Kundschaft sehr, sehr großer Beliebtheit erfreuen, weil es einfach funktioniert. Einfach und funktionieren, das sind eigentlich genau die beiden Attribute, die man bei unseren Fat-Burner-Kapseln ganz besonders in den Vordergrund schieben sollte. Denn zum einen sorgt unser Zulieferer Perry Nature, der Hersteller unserer Fat-Burner-Kapseln dafür, dass diese Nahrungsergänzungsmittel, die wir hier haben, dass unsere Fat-Burner-Kapseln nach deutschem Reinheitsgebot hergestellt werden. Übrigens auch made in Germany. Und dass wir hier ausschließlich von rein pflanzlichen Zutaten sprechen. Übrigens auch von Preisen, die man so in einer klassischen Apotheke bei diversen Diätprodukten so unbedingt nicht wirklich erwarten kann. Woran liegt das, dass unsere Fat-Burner-Kapseln nun so gut funktionieren? Wir sagen hier, schlankt durch Pflanzenkraft. Ihre Diät wird damit unterstützt. Und das liegt allen voran an insgesamt drei verschiedenen Bestandteilen. Bestandteil Nummer eins ist der berühmte indische Kürbis. Der wird im Allgemeinen so als Appetitzügler bezeichnet. Das kennt man aus der Ayurveda-Medizin schon seit vielen Jahrhunderten. Da wird das ganz gerne eingesetzt. Das gilt aber natürlich auch als absolut perfekt, wenn man von Entgiftung spricht, von Entschlackung und natürlich auch vom Fettstoffwechsel redet. Hinzu kommt ein zweiter Bestandteil. Und die Jahreszeit ist jetzt langsam aber sicher vorbei. Aber wir haben es alle wahrscheinlich noch ein Stück weit im Hinterkopf. Spargel, grüner Spargel, um genau zu sein. Ich habe sehr viel Spargel gegessen jetzt im Frühjahr. Und da weiß man einfach, Spargel treibt. Gilt ebenfalls als Schlankmacher und ist hier ebenfalls in rein pflanzlicher Form vertreten. Angereichert werden natürlich unsere Fettburner-Kapseln auch durch pflanzliche Ballaststoffe. Die geben Ihnen automatisch ein gewisses Gefühl der Sättigung. Und wenn Sie vielleicht einfach mal ein paar Pfunde loswerden möchten. Wir haben Kunden, die haben innerhalb von vier, fünf Wochen tatsächlich eine Kleidergröße weniger tragen können. Dann probieren Sie es doch einfach mal aus. 9,50 Euro ist der Preis für insgesamt 90 Kapseln. Zwei Kapseln pro Tag ist die empfohlene Dosis seitens des Herstellers. Das heißt, ungefähr anderthalb Monate kommen Sie mit einer Portion unserer Fettburner-Kapseln hin. Ich bin davon überzeugt, dass Sie die ersten Ergebnisse innerhalb dieser sechs Wochen schon sehen werden. Und ein bestes Beispiel ist Walter Freiwald, der Kollege von uns. Eine Kleidergröße weniger in unter vier Wochen. Er sagte, warum bin ich da nicht schon viel früher drauf gekommen? Probieren Sie es einfach mal aus. Vielleicht passen auch Sie in zwei, drei Wochen schon wieder in die Jeans vom Vorjahr. Bestellnummer hier ist die PV 8407 und die 569. Viel Erfolg und viel Freude damit. Vielen Dank.